banane guten tagen zuerst kommen hier zu einem neuen video und zwar das können wir jetzt gedacht so heute mit zwei folgen und zwar die folge ist eine zuschauer zuschauer ein sender wer mit das englisch eine idee für das nächste fenster ein weihnachtsfußball und ein geschenkspaket und eine weihnachtsgans und eine weihnachtsgans wahrscheinlich ich habe dann schon noch danke für die vorschläge und nicht geschrieben was wahrscheinlich bitte heißt nämlich zumindest an und zwar hier irgendwo seht ihr die kommentare zwar noch eingeblendet also ganz zu Beginn ihr seht ihn jetzt hier irgendwo eingeblendet die kommentare und das war's dann haut doch rein ciao Untertitelung des ZDF, 2020